Jörg Fauser Kant Ein Diogenes-Hörbuch gelesen von Boris Pillmann Die Erste Es war der erste laue Abend im März, aber der Mann vor dem Hotel trug noch dunklen Mantel, Schal und Hut. Seine Brille reflektierte das Neonlicht über dem Eingang. Das Astra lag in einer Seitenstraße der Altstadt. Billard-Kneipen, Ramschläden, Sexshops und Second-Hand-Boutiquen für Grenzgänger zwischen den Geschlechtern. Der Blick, den der Mann um sich warf, nachdem er Jimmy Chang seine Karte gegeben hatte, verriet, wie unbehaglich er sich fühlte. Dr. Eduard Koppmann, Generalvertretung des Bumex in der Bundesrepublik Deutschland, Akthausen, München, Burgenhausen. Jimmy Chang, der Nachtportier, las so laut, dass Kant, der in der Halle saß und in einer alten Ausgabe der South China Morning Post blätterte, jedes Wort verstehen konnte. Für einen Anglo-Chinesen sprach Jimmy ein ziemlich verständliches Deutsch. Und sie mag den Herrn Kant in welcher Angelegenheitsbrecher an? Privat bestimmt nicht, Menschenskind. Kant hob den Kopf. In diesem Satz steckte fast alles, was ihn an den Aufträgen reizte, die er manchmal übernahm. Raus zu finden, wo die Verachtung in Angst umschlug und die Angst in Taten. Er fing Jimmys Blick auf und nickte. Spumex, was ist das? Sie saßen im Salon auf der ersten Etage, den die Chinesen als Spielzimmer benutzten. Schwere, rote Samtvorhänge, schwarze Ledersessel, vergoldete Lampen und ein achteckiger, mit Filz bespannter Marmortisch. Ein Summer warnte vor ungebetenem Besuch. Hinter einer geheimen Tapetentür konnte sogar ein Roulette-Kessel verschwinden. Dr. Koppmann steckte sich eine Zigarette an, ohne Kant eine anzubieten. Eine Großhandelskette, sagte er. Früchte, Gemüse, Weine. Interessant, sagte Kant. Aber ganz außerhalb meiner geschäftlichen Interessen. Von wem haben Sie meine Adresse? Wir haben gemeinsame Bekannte erkannt. Aus dem Mund Koppmanns, der seine schwere Kleidung wie ein Panzer trug, klangen auch diese Worte wie versuchte Körperverletzung. Ziemlich unwahrscheinlich. Ich war nur einmal im Einzelhandel, und das ist auch schon lange her. Von welchen Bekannten sprechen Sie? Sie haben doch diese Freundin? Verzeihung, welche Freundin? Frau Hutwalkar. Vanessa Hutwalkar. Koppmann drückte seine Zigarette aus und tupfte sich mit dem dunklen Schal den Schweiß von der Stirn. Den Mantel hatte er anbehalten. Den Hut auch. Kant saß in einem Leinenhemd da. Die Chinesen hatten es gern warm. Und meine Frau kennt Vanessa von ihrer Beautyfarm, ergänzte Kant den Satz. Es geht also um Ihre Frau, Herr Koppmann? Es geht um meine Frau, sagte Koppmann, und zum ersten Mal klangen seine Worte nicht wie ein verbaler Genickschuss. Da muss ich Ihnen aber gleich etwas dazu sagen, unterbrach ihn Kant. Scheidungssachen, Ehekrisen, Partnertausch, Hausfreunde und Sexsaunas übernehme ich nicht, Herr Dr. Koppmann. So wenig wie Heiratsschwindel und betrügerischen Bankrott. Da müssen Sie sich schon an jemanden vom Bund Deutscher Detektive wenden. Die haben die Hardware und die innere Einstellung. Und was übernehmen Sie, Herr Kant? Da halte ich es mit meinem bekannten Namensvetter aus Königsberg, sagte Kant und griff nach seinem Zigarettenetui. Ich übernehme alles mit einem kategorischen Imperativ. Da bin ich bei Ihnen goldrichtig, sagte Koppmann und nahm den Hut ab. Neun Uhr morgens war für Kant so abenteuerlich früh, dass er gleich wach geblieben war. Rund um den Shakespeareplatz, Spaziergänger und Hunde, Mütter und Kinder und ein Ozongehalt, der ihm auf den Kreislauf schlug. Um drei nach neun traten sie aus dem Eingang einer Jugendstilvilla. Dr. Koppmann bekam ein Küsschen und die Frau, dunkler Pagenkopf, weißer Morgenmantel, sah zu, wie er den Benz aus der Garage holte und davon fuhr. Dann noch ein Blick auf die Blumenrabatten im Vorgarten und sie verschwand im Haus. Kant widmete sich dem Wirtschaftsteil der FAZ. Etwas Warmes, Trockenes auf seinem Gesicht, die Frühlingssonne, gut. Etwas Weiches, Feuchtes an seinem Bein, ein Hund, nicht so gut. Kant teilte einen Tritt aus und stellte zu spät fest, dass er ein Kind getreten hatte, das auf dem Weg zum Sandkasten an seine Wade geraten war. Gebrüll, Kindermädchen, Rentner, Voyeure, auch die Köter ergriffen Partei gegen ihn. Er flüchtete zu seinem Auto. Ein rotes Alfa Romeo Sportcoupé, auch das noch. Ein Mistfink warf ihm tatsächlich eine Wurstsemmel nach, ein Gurkenschnitts pappte an der Windschutzscheibe. Als er um die Ecke bog, fuhr sie gerade in einem taubengrauen Golf GTI aus der Garage. Schnüfflerglück. Lisa Koppmann, 41, seit 16 Jahren verheiratet mit Dr. Eduard Koppmann, 53, eine Tochter, 15. Für ihn die zweite, für sie die erste Ehe. Ein Klassiker. Im gleichen Betrieb kennengelernt, Filmbranche, Koppmann-Einkäufer, Lisa Sekretärin. Nach der Heirat dann neue Gefilde. Celluloid, eher passé, Südfrüchte im Kommen, O's in Weinen, Bonanza in Kiwis. Von des Bumex geschluckt, aber Generalvertretung, Superjob, von Messe zu Fachausstellung, von Wining zu Dining. Frau zu Hause, erste Adresse, ein Kind. Lisa Koppmann, 41, was tun. Der Alte hat ihm leidgetan, das war es. Ein Haufen Elend unter englischem Tuch, Panzer futsch nach drei steifen Drinks. Generalvertreterleid. Deutsche Männerseele ranzig wie ein Klumpen tibetanische Butter unter Höhensonne. Gegen jeden Instinkt, gegen alles bessere Wissen, den Scheck mit dem Vorschuss kassiert. Zwei Mille, Generalvertreter ließen sich nicht lumpen und abgezockt worden mit einem Bubenpärchen nach allen Regeln der Blufferkunst von Max, dem Galeristen. Dem nicht ein Bild seiner Sammlung mehr gehörte, nicht ein Fußbreit seiner Teppiche, nicht ein Porzellan seiner Erbschaft, nicht die Rolle, an der das Toilettenpapier hing, das ihm auch nicht mehr gehörte, geschweige denn sein Name oder seine Frau. Na und? Jedenfalls war es Kant, in aller Herrgottsfrühe, mitten auf der Straße, mitten in noch einem fragwürdigen Job. An dem Golf konnte er ohne aufzufallen lange dranbleiben, von Bogenhausen bis zum Stachus im gleichmäßig fließenden Stadtverkehr. Im Parkhaus hatte Kant Glück und fand auf der gleichen Etage einen freien Platz. Ihren silbrigen Lackmantel behielt er leicht im Auge, auf der Straße war er einige Schritte hinter ihr. Guter Gang, gute Beine. Sie war nicht gerade klein. Die Sonne spielte mit den Silberfäden in ihrem schwarzen Kopftuch. An ihrem Arm wippte eine große Ledertasche. Sie betrat ein Kaufhaus. Shopping, dachte Kant. Was für eine öde Art, sein Geld zu verdienen. Was für eine öde Arie. Und wenn du sie verlierst, kannst du morgen weitermachen. Kein Ehekram, eiserne Regel gebrochen. Und mit dem Vorschuss frühstückte Max jetzt im Roma Champagner-Sorbets und Wachteleier. Lisa Koopmann nahm hier ein Dessous in die Hand, dort ein Parfum. Schmales Gesicht mit dunkler Brille. Nervöser Mund, angespannt. Kleptomanen schoss es Kant durch den Kopf, der sich selbst schon beobachtet fühlte von Verkäuferinnen und Fernsehaugen. In der Ehe völlig vereist. Gar nicht mehr anders. Braucht den heißen Schock, wenn sie zu Hause die Beute auspackt. Eine Haushaltsseife für 1,89. Ein paar Nylons für 2,95. Könntest du gleich auf die Liste setzen, an die du dich doch nicht hältst. Scheidungssachen, Heiratsschwindel und Kleptomanie. Wofür braucht man Kant? Privat bestimmt nicht. Aber zwischen den Hosenanzügen in den brandneuen Trendfarben und den Hotpanser-Go-Go sah Lisa Koopmann so aus, als brauche sie jemanden äußerst privat. Und dann verschwand sie in einer Umkleidekabine. Kant war gezwungen, einen kleinen Bogen zu schlagen. Bodystockings, Negligés, die neuen Tanga-Modelle. Er hätte dringend eine Zigarette gebraucht, eine zweite Jugend, eine Tätigkeit, die den Geist mehr forderte als eine schmutzige Fantasie. Er kehrte zu den Umkleidekabinen zurück, widerstand den abschätzigen Blicken der Substitutinnen. Cool, Kant, das kannst du doch. So lange wird's ja nicht dauern, bis Madame anprobiert hat. Anprobiert? Er konnte sich nicht erinnern, dass sie etwas mitgenommen hatte in die Kabine, außer ihrer Umhängetasche. Jetzt sieh mal zu, dass nichts anbrennt. Er fand einen Anprobierspiegel, der ihm erlaubte, die Kabinen im Auge zu behalten, ohne sie direkt anzustarren. Trotzdem hätte er die Koopmann verpasst, wenn er nicht auf ihren Gang geachtet hätte. So wie sie schritten nur Frauen, die an Hochhackige seit Jahrzehnten gewöhnt waren. Obwohl er fast schwankte, als sie schon zusammen im Aufzug nach unten fuhren. Den Lackenmantel hatte sie gewendet und trug jetzt das Gold nach außen. Dazu aber hochhackige, schwarze Lederstiefel, eine blonde Lockenperücke, einen blutroten Mund und ein Parfum, das sogar Kant, der Parfums für überflüssig hielt, zum Überfluss animiert hätte. Fahren Sie dem Kollegen nach. Für den Alfa war keine Zeit, als Lisa Koopmanns anderes Ich in ein Taxi stieg. Sind Sie vom Film? Das ist meine Freundin. Ach so, weil wenn Sie vom Film wären, da gibt es jetzt feste Sätze. Wir können uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen bei der Überbeschäftigung im Taxigewerbe. Kant hatte sich Zigaretten schon vor Jahren abgewöhnt, aber jetzt hätte er gerne eine gehabt. Zigarren brauchen ihre Gelegenheit und der Taxler war nicht.